einen wunderschönen guten morgen vom kaninchenkopf liebe leute wir sind immer noch auf der heimreise wir haben gesehen hier gibt es feuer über der kaninchenkopf in diese richtung müssen wir also wieder rein in den fichtenwald und zurück nach falkenstein schön dass ihr wieder dabei seid schön dass ihr wieder eingeschaltet habe noch mehr schafe haben eigentlich wie viel schafsfleisch hammer ja es geht sich noch schafsfleisch aus warum brennt hier warum ist hier ein waldbrand ach so hier ist lava hier ist aber man einmal mit labereimer sondern ja die blöden schnitzel blöden büsche hier immer drüben sind noch mehr schnitzel schnitzel schnitzelchen also wir sind jetzt zumindest wieder in unserem heimat biome angekommen ja jetzt müssen wir nur noch in unserem heimat biome nach hause finden aber ich denke in diese richtung müssen oder und diese was sagst du scharf sagt in diese richtung müssen gehen und du du auch okay spiele gerade fragt das scharf da hinten ist kaninchenkopf bergscharfe und da sind wir schon schaut mal falkenstein waren eigentlich das sozusagen gar nicht so weit weg wir sind nur blöd gelaufen wieder so hier haben wir gleich glas nach und kohle legen wir hier nach hier legen wir kohle nach und das eisenerz kann man hier gleich einschmelzen ganz wichtig die setzlinge leder blöder blöder feuerstein servus okay bisschen sortieren gleich alles eichenholz birken holz so das brauchen auch zur zeit nicht okay weiße wolle 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 fahrerkette und erde und viel viel fleisch das ist gut das ist so so gut so die hätte ich gern wieder hier und das okay als so und jetzt brauchen wir jede menge bruchstein freunde kann man den bruchstein da drin auch schmelzen oder geht nicht auch meinen anderen ofen das gerade belegt mit glas jedoch also machen wir uns eben zweiten so machen uns noch zwei öfen schmeißen wir gleich mal kohle rein einen können wir dann gleich mal stein rein schmeißen wir haben das bett brauchen wir die jetzt nicht so und das ganze futter geben auch mit da rein oh im einen könnten wir gleich mal kebab machen so und jetzt freunde wir brauchen stein stein und haben wir uns eigentlich schon dazu entschieden wo wir unsere mine hin bauen ich weiß es gerade nicht mehr ich bin mir gerade nicht mehr sicher wir brauchen auf jeden fall jetzt viel viel stein ich dachte mir vielleicht dass wir unsere mine hier hinten irgendwo hin bauen ja er sagte er braucht stein und was baut er ab kohle weil er eine alte giersau ist und angst hat dass ihm jemand die kohle direkt vor seiner haustüre weg schnappt eigentlich wollte ich das erdloch hier aber zu machen ist da auch noch eine höhle kohle schau mal sieh doch kohle kies ja eisen eine kleine aber sehr wichtige hülle für uns denn hier haben wir gleich mehrere sachen die wir brauchen so im endeffekt sollte ich mir einfach eine müde geben eine mine anlegen die wieder runter buddeln auf level 11 und dann hätten wir wahrscheinlich genug steine ok da geht es wieder raus was ist hier äh waren wir da unten schon ja ok spannend 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 ist ja auch zum beispiel für mich relativ interessant ne komm jetzt keine schaufel mehr wir holen uns eben eine schaufel ist ja auch für mich in dem sinn wieder irrsinnig spannend weil ich hier den untergrund nix kenne einfach wisst ihr servus servus und ihr macht schon wieder pause habt ihr schon wieder frei leute ja ho 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 macht liebe wenn wir unsere taverne wieder fertig gebaut haben haben wir mehr betten und somit bekommen wir dann sicher auch wieder mehr bewohner ne wisst ihr wie wir es machen am donnerstag im stream es wird ja mehr oder weniger ein farmstream werden wie ich euch schon angekündigt hat da werden wir die mine anlegen und gemeinsam runter buddeln ja so machen wir das ist eine gute idee dann haben wir auch ein thema dafür wo wir uns bauen in dem sind jetzt halt nicht ja aber ihr wisst was ich meine wir legen uns dann den stollen quasi an gemeinsam das machen wir im stream am donnerstag ist eine gute idee so wie viel kohle ist denn hier sagen wir mal ich herr die vielleicht schon wieder nacht oder ich glaube es wird gleich wieder nacht wir müssen schlafen gehen dann das bett habe ich herausgetan aus dem material kriegt mario kriegt kriegt wenn sich unsere bewohner wieder freuen mario verkackt schon wieder wo war der andere da hinten ein skelett so sonst geht es hier allem gut ja ok stein haben wir jetzt nicht sehr viel ein stack hätten wir noch geschafft was willst du hier ja ich habe hier drüben gerade hühner gesehen vielleicht schaffen wir es dass wir die einfangen und in unser gehege was wir letztes mal gebaut haben bringen bringen zumindest mal ein hühnchen hallo hühnchen sind da noch mehr ne ja komm ein creeper stirb hühnchen hühnchen put put ich komm put 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 ah da drüben ist noch ein skelett hühnchen 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 du bist echt ein bisschen kompliziert ne bist du ja wieder ein huhn du bist mir vielleicht ein huhn komm mit jetzt da komm wir haben jetzt schon drei golems die leute ihr habt es gesehen ich habe keine gebaut ja die sind natürlich gespawnt sehr cool so und wir haben unser erstes huhn weil du das erste huhn bist kriegst du mal gleich was zu essen ja obwohl wir dich nicht paaren können sehr gut werden wir auch noch kies für da oben damit wir oben den weg hier schnell fertig ausfüllen wo wir angefangen haben ja alles klar so 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 wir haben wieder was zu essen freunde wir haben wieder was zu essen sehr schön warum so hier arere wir haben ja da phasmophobie gerade sind jetzt hier schon stein wie schaut es jetzt hier aus na wo war der stein da glas da kommt 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 was soll das schau in dein rezeptbuch nein danke schön kommt wieder am fenster hin machen wir auch wieder zu hier möchte ich eigentlich fenster haben ja möchte ich mal was essen und wir brauchen wieder stein ich glaube letzte letzte mal haben wir haben wir anderen werkstoff unten verwendet ich habe jetzt bewusst gerade nicht nach unten weil ich hier meine minen eingang nicht haben möchte ja und da ist ja die andere mine drunter ich baue hier nur jetzt eben ein bisschen bruchstein ab zum einschmelzen möchte eben in der nähe des ofens sein damit der schneller schmilzt schmelzt arbeitet so 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 okay okay jetzt haben wir jetzt wieder bisserl an stein können wir gleich hier reinschmeißen wieder können wir eigentlich das glas raus also da ist noch mehr drinnen so stein schmilzt stein schmilzt stein schmilzt stein schmilzt so warte mal warte mal warte mal warte mal lass mir überlegen ja sicher da kommt dann der ding drauf da kommt der ding drauf der naja ich wisst schon der oberstock so mario ist das lied jo haha das lied finde ich schon alleine wegen dem mario geil so vielleicht machen wir diesmal da hinten irgendwie so einen balkon und einen gasgarten oder so ich weiß es nicht wir müssen auf jeden fall dann noch zu machen ok boah wie war der vorbereich den hatte ich ja irgendwie speziell gemacht gehabt da muss ich direkt jetzt bei meinen alten folgenden schnell mal rein schauen dann wie ich das gebaut hatte das weiß ich gerade gar nicht mehr ist ja doch schon eine zeit her ne so setzen wir auch noch gleich uups hier möchte ich glaube ich kein fenster haben so das hier wird wieder die küche hat hatten wir in der küche ein fenster ich weiß gerade gar nicht mehr glaube schon meine mich zu erinnern wir hatten in der küche auch ein fenster ist ja auch wenn du dann nicht mehr in dem gebäude schläfst ja hier war der ofen genau wenn du dann nicht mehr in dem gebäude so oft schläfst oder so oft bist dann weißt du bald auch nicht mehr was da eigentlich wie gebaut war so so ja komm da war das vor dach aber wie hatte ich das vor dach gebaut ich weiß es gerade wirklich nicht mehr shit ich glaube da müssten wir noch ein raus gehen ich glaube da müssten wir noch ein raus gehen das geht ganz sehr gut da haben wir glas das geht eh alles hier auch oder ja supi sind ja doch schon fast profis jetzt hier in minecraft so hier kommt dann wieder die bar hin ich überlege gerade ob ich hier einen hintereingang machen soll ich weiß es nicht ich lasse sie mal kurzzeitig offen ja hier kommt die dazu so nee warte mal wie ich mache jetzt mal einen behelfsblock so so es schaut nicht richtig aus so und so machen wir hier wieder einen behelfsblock so und so machen wir hier wieder einen behelfsblock irgendwie so hatten wir das doch gemacht gehabt oder ja ja schaut nicht so schlecht aus so liebe freunde an dieser stelle an dieser stelle sage ich heute schon tschüss zu euch wir sehen uns ja am abend dann im live stream wo wir unsere mine anlegen und bis dahin ganz ganz liebe grüße und bis später tschau baba euer marito ciao baba